Musik Genau, da habe ich Eis- und Feuerpanzer und Elektro-Panzer habe ich noch nicht so ganz viel Das sieht gut aus Schriftrolle lesen, Neverkobold beschwören, okay Die meiner Dank packe ich mir mal da drauf Und den habe ich dreimal, was macht der? Äh Pack ich über auf die 7 Und der da auch noch, komm, hier nehmen wir uns mal die beiden mit Okay Wollte aber was gucken, ah genau, okay, also Ich hoffe, wir haben ein paar davon Habe ich denn jetzt, ich habe jetzt hier alle Quests erledigt, ne habe ich nicht Lust und schmiedig, die Quests habe ich nicht erledigt, aber ich habe da ja irgendein Quest gehabt, wo habe ich denn das her? Ne, hier war ich auch nicht Die Rüstungsbezeichnung zum Bezwingersperr bringen Wohl neu hier, was? Ah, das ist ja Gute Arbeit, Kommandeurin Vale hat sich sicher Achso, ne Gute Arbeit, Kommandeurin Vale hat sich ja nichts dagegen, wenn ich euch eure Dienste am Imperium belohne Nehmt das hier Mehr kann ich euch nicht geben, außer meiner Dankbarkeit natürlich Ähm, Körperpanzerung, erhöhtes Zaubertempo Vier auf Rüstung gegen Körperschaden Ähm Okay, uh Das gefällt mir Weil ich mein Mana mal so schnell verbrauche So, super Wie gesagt, so ne Auto So, so ne Auto Man kann auch irgendwie Alt drücken Ich gucke mal, jetzt ist das so wichtig, was ich mit der Map noch machen kann Okay 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 Okay, ich kann den bisschen kleiner machen, das ist natürlich auch nicht schlecht Zauberstäbe und Stäbevorsachen, größtenteils Elementarschaden, was für die Fähigkeit oder Klubsteinmage und für jeden Charakter, der im Fokus investiert, nützlich sein kann Den Fokus investiert, so 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 Okay, jetzt ist natürlich die Frage, was, wo, wie? Hier Hier hinten soll irgendwas sein noch Gehen wir mal dahin Leider Wenn ich stelle da bei der Ich bin dann Tag Ich bin dann ein Platt Woh Woh Okay, ich bin da Woh 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 Wie funktioniert denn die zwei jetzt nicht mehr? Nein, das erfordert einen Bogen oder eine Armbrust, das kann doch nicht sein. Na gut, das war natürlich super geil von mir, ah super, da haben wir auch schon wieder einen Bogen, äh, IWA Inventar, genau, erfordert Stufe 13, macht aber gut Damage. Okay, das lief doch mal nicht schlecht. What the fuuuuuck? What the fuuuuuck? Oh man. Huuuuuuuck. Und da sein, du, Kim. Und da sein, du, Kim. Und da sein, du, Kim. Stimmt, ich bin der ist Nahkämpfer. Ich mach zum Glück überhaupt keinen Schaden. Ich mach zum Glück überhaupt keinen Schaden mehr, na super. Boah. Äh, Hochschwelle wird 13 erreichen. Okay. Okay. Ah, das bin ich, ah, ich bin wieder in der Schädel senke, okay. Zugang zum Urquell-Tempel betreten. Ah. Hier müssten wir hin, um den Typen zu beziehen, das ist ja eigentlich die Hauptkäußer. Also sollten wir hier eigentlich nicht sofort sterben. Jagdbogen. Istianisches Schattenwesen. Sieht aber auch geil hier aus, ja. Na gut. What the fuuuuck. Ist denn hier los? Was? Okay, da liegt noch ein Jagdbogen. Guck mal gar nicht weiter, gell ich mich so machen, ne. Ist ja ruhig, hier muss ich gestehen. Ich hab mir das irgendwie anders vorgestellt. Ich bin verrundet. Das. Ui. Lalalalalala. Nicht noter, ja. Euer Begleiter ist geflohen. Ich brauche mehr Mana. Alter, ist das hart. Da kannst du gar nicht mehr reden, weil du dann sich so konzentrierst, dass du da... äh, deine Ziele auch triffst, dass das Reden übelnd schwer ist. Boah, Alter, was ist denn das? Krass. Erzegra. Nicht so ein Vieh, ach komm schon. Okay. Guck mal hierher. Stirb doch einfach, komm George, stirb. Na also, geht doch. Soll ich noch die komische Berserker hier ausschalten, denn wir zählen, aber die gehen da irgendwie. Ich brauche mehr Mana. Wie komm ich jetzt drauf? Aha! What the fuck, was ist das denn? Was ist das denn? What the fuck... Nicht schlecht. Ok, hier liegt auch noch was Alter Schwede, das war jetzt Echt nicht von schlechten Eltern Ähm, wo müssen wir jetzt lang? Wir müssen ja immer noch die Priesterin heilen, retten, meine ich Aber wo müssen wir dafür lang? Da blitzelt irgendwas, aber da kommen wir nicht ran Ah, hier geht es auch noch weiter, das ist doch Boah Geht jetzt besser als die anderen Autsch Autsch Oookay Irgendwie sind das ja alles so komische Sackgassen Das war jetzt eigentlich gar nichts Hier oben waren drei Monster und das Ja Ah, ok Hab meine Monster gefunden Lalalalalala Stoffjob Was nochmal ein Stoffjob ist Hier geht es nicht weiter, hier auch nicht Und ich glaube hier ist es Vielen Dank.